Vor einigen Minuten gab es hier unschöne Szenen. Freunde, bekannte Verwandte von der Tutsche haben überall Blumen hingelegt und Fotos von der Verstorbenen. Kurze Zeit später kam die Mutter des Angeklagten mit zwei Freundinnen und dann wurde auf das Foto von Tutsche gespuckt. Dann war die Stimmung auf einmal angeheizt, doch Beamte gingen dazwischen und somit gab es hier keinen größeren Ehrer.